Vor vielen Jahren, einst in meiner Kindheit, ich spielte bis der Abendschatten flieh. Den altbekannten Weg ging ich nach Hause und hörte meine Mutter, als sie rief. Komm heim, komm heim zum Abendmahl, es sieht gar dunkel aus. Komm heim, komm heim zum Abendmahl. Bald gehen wir nach Haus. Doch eines Tag stand ich an ihren Betten und Engel sangen wunderbar und schön. Sie hört den Ruf für's Abendmahl im Himmel. Und jetzt weiß ich, sie darf den Heiland sehen. Komm heim, komm heim zum Abendmahl. Es sieht gar dunkel aus. Komm heim, komm heim zum Abendmahl. Bald gehen wir nach Haus. Einige der liebsten Erinnerungen meiner Kindheit spielten sich während der Abendstunden ab. Wenn der Abendschatten größer wurde und die Sonne langsam am fernen Horizont unterging, wusste ich, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis meine Mutter von den Hintertreppen unseres alten Hauses rufen wird, Kinder, kommt heim zum Abendmahl. Jene Tage sind nun vorüber, doch die Erinnerung an sie erweckten eine Wahrheit in mir, die noch ergreifender ist als die Erinnerung jener Kindertage. Denn ich bin gewiss, es wird nicht mehr lange dauern, bis der Abendmahlsruf von den Toren der Herrlichkeit ertönen wird. Und dann werden wir wie einst als Kinder die Dinge unseres Lebens beiseite legen und dem Rufe Folge leisten zum Größten aller Abendmahl mit allen Gotteskindern und mit Jesus. Komm heim, komm heim zum Abendmahl. Es sieht gar dunkel aus. Komm heim, komm heim zum Abendmahl. Komm heim zum Abendmahlhof und sch从来, Komm heim zum Abendmahl gestern Dann werden wir wie einsläump осв leven Komm heims zum Abendmahl Komm heim zum Vecklen Amen.